Hallo und herzlich willkommen zum Tag 5 des Einführungskapitels bei Deutsch in sieben Tagen zum Thema die Zahlen. Los geht's! Hallo! Hi! Heute lernen wir gemeinsam die Zahlen von 1 bis 10. Today we are practicing together the numbers from 1 to 10. Wir üben dreimal. We are practicing three times. Erst zähle ich. First I'm counting. Dann zählst du. Then you're counting. Danach zählen wir gemeinsam. Afterwards we're counting together. Los geht's! Let's go! Eins One Zwei Two Drei Three Vier Four Fünf Five Sechs Six Sieben Seven Acht Eight Neun Nine Und zehn And ten Jetzt habe ich gezählt. Now I count it. Nun wirst du zählen. Now you will be counting. Bereit? Ready? Los geht's! Let's go! And then you will be counting. Let's go! Let's go! Five One Two Two Three Two Two Three Acht, neun, zehn. Wunderbar. Great. Jetzt zählen wir zusammen. Now we are counting together. Los geht es. Let's go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Prima. Well done. Das war's für heute. That was the lecture for today, für den fünften Tag, for day five. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann markiere sie im Text und hinterlasse deine Frage. If you have any questions about this lecture, just mark the text and leave a note. Dankeschön und bis zum nächsten Tag. Thank you and see you at the next day.